so da sind wir herzlich willkommen und wie schon gesagt vielen dank für diese einführung es wird auf jeden fall spannend in diesem sechsten fall für mara bilinski und ganz wichtig zu beginn es ist ja nicht nur leo born da sondern es ist auch oliver becker da denn die beiden sind ein und die gleiche person hallo herzlich willkommen dankeschön hallo wie hat sich das eigentlich ergeben diese wandlung von oliver becker zu leo born es war so ein bisschen vom genre einfach durch das genre kam das für mich war der thriller total totales neuland unbekanntes terrain und es war so ein versuch ob ich da überhaupt reinpasst es war so ein versuch mal was ganz anderes zu machen und dann bin ich irgendwie drauf gekommen wirklich komplett neu durch zu starten und zwar dann auch mit dem namen und so sollte leo born einfach nur für diese thriller reihe eigentlich in erscheinung treten und ich wusste damals ja noch gar nicht ob es eine reihe wird überhaupt und wie das so ist mit mara und irgendwie habe ich ganz gut gefunden in eine neue haut zu schlüpfen und das kann dann da kam dann der leo born und sie kommen ja ursprünglich aus dem historischen bereich also viele viele historische bücher geschrieben war das eine große umstellung oder basiert ja doch irgendwie alles immer auf einer geschichte die die protagonisten in den krimis natürlich auch haben alles basiert auf einer geschichte alles basiert auch auf recherche und insofern war ich trotzdem ganz froh dass der thriller was anderes ist weil die ganze alte recherche einfach wegfällt was passiert in alten zeiten im alltag das war für mich immer die größere herausforderung wie wie essen die menschen wie zünden sie sich kerzen an wie machen sie ganz normale dinge und das war immer das war die größere herausforderung als jetzt historische zusammenhänge herauszuarbeiten und dann fand ich den thriller insofern ganz angenehm weil dir genau die dinge tun die leute die ich auch mache in meinem alltag und es war tatsächlich von der sprache natürlich auch eine andere art also ich habe nie versucht im historischen roman eine pseudo historische sprache zu entwickeln um dann irgendwie so ein mischding von heutiger und damaliger sprache ich habe relativ modern erzählt und das war im thriller natürlich gar keine frage mehr da ist es natürlich unsere heutige zeit unsere heutige sprache und das fand ich sehr spannend und sehr schön es ist eine sehr direkte sprache geworden und also es gibt doch immer wieder unterschiede und trotzdem passiert natürlich das geschichten erzählen auf eine sache nämlich die geschichte den kern dieser geschichte zu haben und den dann fortzutreiben und weiterzumachen und auszubauen jetzt wenn wir schon den experten für beides da haben für zeitgemäße moderne thriller und für historische romane was würden sie sagen wie haben sich denn die zeiten verändert es gibt ja immer wieder so die vermutung es war noch nie so brutal noch nie so rücksichtslos die zeiten wie heute aber ich glaube im historischen kontext sieht das wieder ganz anders aus oder das ist ein guter punkt ja das finde ich nämlich auch also wenn man sich ich habe versucht bei der recherche für die historischen romane sachen zu finden die damals aufgeschrieben worden sind also das heißt am besten ein tagebuch aus der damaligen zeit was gab natürlich viel weniger und wenn man das aber findet sieht man eine eine total brutale zeit dass ich habe sehr viel über den dreißigjährigen krieg geschrieben ein unendlicher krieg für die menschen und es ist immer wieder erstaunlich was sich menschen einfallen lassen können um den anderen menschen weh zu tun und das ist eine ganz schlimme sache und ich habe jetzt auch in den in den frillern muss ich sagen die die schlimmen sachen die da drin stehen sind leider alles war weil ich könnte also ich finde ich könnte es mir nicht einfallen lassen ich habe zum beispiel sehr viel bei der recherche über drogenkartelle gelesen über die mexikaner und das war immer wieder erschütternd aber ich habe da auch tatsächlich brutale verhörmethoden übernommen und also ich finde brutalität ist eigentlich war nie mein ziel brutales zu schreiben aber ich bin da irgendwie gelandet erst bei den historischen sachen und noch stärker fast beim beim zeitgenössischen friller ja gibt es da irgendwo grenzen bei denen sie sagen okay selbst bei der recherche wenn das realität war ein fall ein mord eine mord methode nee also das ist mir jetzt für meinen thriller to much ja ja wahrscheinlich schon ich könnte jetzt kein beispiel nennen aber es gibt einfach dinge ich finde es gibt bestimmte dinge die die würde ich nicht beschreiben ich versuche sowieso die sachen eher im kopf abspielen zu lassen also es gibt keine ausführlichen beschreibungen von weiß ich nicht folterung das finden manche friller leser tatsächlich schade was mich immer eher befremdet also viele sagen ja du bist genau da rausgegangen in der szene wo der anfängt dann sage ich ja tatsächlich so ist das geplant ich finde das was im kopf des lesers sich abspielt auch wenn ich das nicht weiß finde ich trotzdem spannend also wie weit denkt er sich da weiter oder wie weit sagt er oh ich will gar nicht zu viel wissen es ist so ein bisschen wie beim kochen man kocht irgendwas sondern hat was schönes auf dem herz stehen und es ist eigentlich fertig und blubbert vor sich hin und dann reitet einen der teufel und man macht noch mal chili rein und das ist so ähnlich und manche sagen dann auch das aber viel chili reingemacht und andere sagen du musst mehr chili rein also es gibt tatsächlich beim thriller ein publikum das wirklich erwartet da muss es sehr brutal zu gehen und da bin ich habe ich auch oft gehört bin ich nicht brutal genug und ich würde aber gern dabei bleiben in dieser richtung und dinge auch mal nur anzudeuten und nicht auszuformulieren was jetzt person a mit person b macht um bei dem bild was ich super finde vom kochen zu bleiben heißt das auch manchmal überlegen sie jetzt wäre vielleicht eine prise nachspeise auch nicht schlecht also ein bisschen was was weicheres leicht bekömmlich ist das ja das denke ich tatsächlich es ist tatsächlich in dieser in meiner thriller welt die da so entstanden ist tatsächlich es gibt weniges so leicht begrüßt es ist relativ tough es ist ziemlich auch auf tempo aber ich habe versucht doch auch figuren zu entwickeln die nicht nur einem bestimmten zweck dienen sondern die wirklich als figuren wahrgenommen werden und da versuche ich dann auch auch wenn das manchmal auf kosten der dringlichen spannung geht versuche ich trotzdem geschichten mit menschen zu erzählen und diese menschen auch auszuerzählen es war jetzt als beispiel in dem in dem letzten mara belinski da gibt es eine figur eine ehemalige ballerina und warum das eine ballerina geworden ist oder eine ex ballerina weiß ich gar nicht mehr es war eine bemerkung von meiner lektorin die früher ballett getanzt und dann hatte ich diese figur und ich fand es irgendwie sehr gut und die diese figur hat mich gereizt und dann habe ich mehr versucht mehr mit ihr zu machen sie sollte eine größere rolle bekommen aber ich hatte sie sollte auch eine balletttänzerin bleiben oder eine ehemalige aber ich habe keine ahnung von ballett und habe dann angefangen zu lesen und zu gucken und dann fand ich das ganz spannend und dann habe ich eine autobiografie einer ehemaligen balletttänzerin gelesen die erzählt hat wie sie trainiert wurde wie sie trainiert hat und das war wahnsinnig spannend und so ist auch im thriller der eigentlich auf spannung und da sind polizisten und da sind killer hat es trotzdem immer wieder nischen in denen man themen platzieren kann mit denen man selbst gar nicht gerechnet hat und die einen eigenen horizont so ein bisschen erweitern wie die balletttänzerin die da plötzlich aufgetaucht ist oder wie vielleicht die dialoge zwischen ihren beiden hauptfiguren mara hat ja auch einen kollegen da können wir vielleicht später noch mal darauf zurückkommen weil das waren so szenen und sind szenen bei denen ich immer dran bleibe also ganz pointierte dialoge aber vorher sollten wir mara noch mal genauer vorstellen wir haben ja schon gehört sie ist sehr speziell sie hat auch was zu tun mit der krähe so wird sie genannt die auf allen sechs covern vorne drauf ist vielleicht fangen wir damit mal an also warum dieser zusammenhang ja die krähe es ist sicherlich nicht der erste krimi oder der erste thriller mit dem rahmen oder mit einer krähe drauf aber es hat sich die einzige serie die das rollenmotiv so spielt dass es so prägnant ist es gab erst andere cover entwürfe die alle sehr gut waren und dann hat jemand ich glaube ich weiß nicht mehr im verlag immer so was ist diese krähe warum lass uns doch mal eine krähe probieren wir wollen einfach nur eine krähe drauf fand ich gut den vorschlag und ich fand dann auch die ergebnisse toll ich finde sie sehen sehr gut aus sie geben dieser serie was eigenes warum ist es eine krähe krähe ist natürlich irgendwie was düsteres immer und insofern passt es in die friller welt es ist tatsächlich kein großer geniestreich gesund ist es aus dem zufall geboren wie so vieles eigentlich beim schreiben ich hatte diese figur und sie ist immer schwarz gekleidet und sie ist so ein bisschen naja sie ist niemand den man gleich ins herz schließt und sie wird dann sie kommt in dieser abteilung wieder neu und die anderen wie das immer so ist machen sich so ein bisschen lustig über sie oder zumindest abfällig und die kollegen entwickeln diesen spitznamen und mara belinski hasst den spitznamen die krähe und sie wird dann die krähe genannt diese schwarze und düstere und dass sie immer so tough ist und es ist ein im laufe des der reihe wird aus diesem spitznamen den sich mag eigentlich sowas wie ein markenzeichen und am schluss von einem band lässt sie sich dann eine krähe tätowieren also irgendwie ist sie dann findet sie es plötzlich ganz cool dass sie eigentlich die krähe ist und dass sie dieses markenzeichen hat und das ist tatsächlich dann auch hat einen größeren raum eingenommen als ich das jetzt geplant hätte oder so was ist sie ist irgendwie die krähe geworden und das hat sehr gut gepasst auf diese schwarzen augen und dass sie eben keine schöne taube ist oder in der art sondern eher ein düsterer vogel den man jetzt wie gesagt nicht unbedingt an die brust drückt stimmt und die laute die eine krähe von sich gibt die sind ja auch vielleicht eher denen von mara ähnlich die ja eine große klappe hat kann man glaube ich genau von daher passt das ja eigentlich auch ganz gut aber dahinter das ist wichtig ist ja durchaus vielschichtiger und ich habe den eindruck im laufe dieser reihe jetzt eben der sechste band entwickelt sich ja noch mehr und wir als leser und leserinnen bekommen ja von ihr noch viel mehr mit als nur die krähe oder schwarze klamotten genau ja ich wollte schon ich wollte genau das nicht dass man nachher das ist die mit der große klappe sondern es muss ja ich fange mal anders an ich hatte zuerst vor eine ermittlerfigur zu haben die so keine verbindungen hat keine familiären bindungen sondern die allein so wie so ein adler oder wie eine krähe kreist über der stadt und ihren fällen und natale einzelgänger person ist und irgendwann war dann klar wenn wenn das wirklich eine reihe wird und wenn diese figur eine reihe tragen soll die muss schon etwas mehr da muss irgendwas ist noch hinter dieser schwarzen fassade und wie das bei vielen menschen ist die eine große klappe haben und die auch sich sehr taff geben sie ist doch eigentlich ziemlich verletzlich und das schöne ist dass das eben nicht im ersten band auf seite 18 steht sie ist auch verletzlich sondern dass sich das tatsächlich glaube das ist zumindest ganz gut gelungen dass sie sich nach und nach erst entblättert diese figur und dass man auch sieht warum sie so geworden ist und dass sie wie jeder von uns eben auch unschöne sachen erlebt und dass sie oft auch außenseiterin war sie ist wirklich so auch der außenseiter typ und der aber auch von sich selbst auch immer in seine rolle sich reindrängt dass nur ja niemand denken könnte sie ist ein nettes das nette mädchen von nebenan sondern sie muss auch immer gleich sagen dass sie eine eigene meinung hat und dass sie auch wissen will was los ist und dass sie dann eine meinung dazu hat und die auch unterstreicht gerne ja aber in wirklichkeit steckt eben mehr dahinter bei ihr finde ich also das kann man sicherlich sagen und das zeigt sich dann auch ebenso stück für stück in der reihe wir steigen auch gleich in die handlung genauer ein aber vorher wird mich noch interessieren wie war es und ist es eigentlich aus der überwiegend aus der perspektive und über eine frau zu schreiben und ich möchte jetzt gar nicht die diskussion anfangen dürfen sollen können männer frauen und frauen in männer perspektiven und rollen schreiben aber war schon eine herausforderung ja also dürfen sicher man kann das immer probieren und es war so als wir das entwickeln auch als ich mit meinem verlag mit löwe gesprochen habe dann haben die gesagt du hast wirklich alle freiheiten wo das spielt auch die art der fälle wir würden dir da wirklich wir hätten nur gern wenn das wenn wir es aussuchen könnte eine weibliche ermittlerin dann habe ich gesagt noch klar mache ich überleg mal und hatte aber für mich entschieden einen mann zu machen trotzdem und den hatte ich dann diesen mal nicht hätte den irgendwie entwickelt schwarze lederjacke große klappe guter typ dachte ich und irgendwie habe ich irgendwie irgendwas fehlt an ihm oder ich weiß es nicht und dann ist mir das eingefallen was die eigentlich anfang anfangs der diskussion gesagt hatten und dann habe ich mara draus gemacht und dann fand ich super komischerweise und dann fand ich es ganz interessant habe mich darauf eingelassen ob ich das wirklich ein ganzes buch wie sieht das aus die hauptfigur sie ist natürlich sehr dominant sie ist schon wichtiger sehr wichtiger bestandteil der serie wie bei den meisten reihen aber irgendwie haben wir uns ganz gut aneinander gewöhnt glaube ich belinski und ich und ich mag sie jetzt immer lieber auch es ist nicht so dass ich was ich vorher angenommen hatte wenn du mal das vierte fünfte machst dann ist das immer das gleiche ich finde belinski durch dadurch dass sie am anfang auch nicht so auserzählt war kann man immer was sie zeigt immer mal wieder was neues an sich und bleibt aber trotzdem irgendwie die mit der großen klappe selbst wenn sie jetzt eben um mal vorzugreifen im neuen bruch oder auch hat sie schon so ein bisschen mehr verantwortung innerhalb der abteilung was am anfang noch undenkbar gewesen ist das heißt sie muss sich auch so ein bisschen ändern und versucht aber natürlich trotzdem ihren ihren stil so weit zu behalten wie war eigentlich das feedback im freundeskreis im kollegenkreis in der familie dass eine frau von einem mann erfunden geschrieben beschrieben wird das war relativ entspannt also das das hat jetzt nicht so zu verwundern das hat kurzzeitig zur verwunderung geführt weil eher die männer im freundeskreis gesagt hätten ach ne frau echt die hätten total erwartet dass ich dann natürlich irgendwie einen kommissar einen männlichen kommissar da habe und es war eher tatsächlich da sind wir beim anfangspunkt für mehr irritationen sorgen hin und wieder die brutalität die da drin ist also man muss ja schon ein bisschen komisch sein um sich sowas auszudenken und dann versuche ich auch immer das zu erzählen was ich vorhin angedeutet habe es ist tatsächlich auch dieser teil hat was mit recherche zu tun und ich habe keine blutigen messer in der schublade hoffentlich und auch nicht dabei jetzt hier auf der messe okay sprechen wir über den neuen fall sterbende seelen der sechste fall also und ich habe mal genau nachgeguckt die erste leiche findet mara auf seite 25 das ist aber dann nicht die erst also die letzte die in diesem thriller auftauchen wird schon mal selbst eine leiche gesehen ja aber nicht zum glück solche leichen mit denen mara zu tun hat auch kein kommissar mit maras berufserfahrung und auch kein kommissar mit viel viel mehr berufserfahrung hat natürlich derart viele leichen gesehen wie sie in thriller reihen vorkommen auch nicht so derart leichen den man derart übel mitgespielt hat das ist so ein bisschen was ich als schwierig empfinde da immer als früher autor ist man auch immer irgendwie gefordert man muss sich jetzt wahnsinnig verrückte dinge einfallen lassen wie menschen ermordet werden und das hat wirklich abstruse züge ich habe jetzt auch ich bin nicht der thriller leser gewesen muss ich auch sagen und das nimmt aber ich habe jetzt mehr gelesen und das nimmt schon abstruse also wenn ich ein mörder wäre würde ich nicht so komplizierte dinge so aufwendige dinge machen deswegen versuche ich trotzdem bei den büchern nicht also wirklich ganz komische sachen also es kann auch einfach mal nur ein schuss sein sage ich mal eine prise schwarzer humor ist ja sicher auch ab und zu nötig also mara sagt dann später im thriller auch mal naja jetzt können wir die leichen ja stapeln ja das ist der schwarze humor ist der passt einfach zu ihr finde ich es wäre komisch wenn sie eine andere in sie eine weichere form von humor hätte oder auch wenn sie sie hat schon so eine gewisse bissigkeit die dann aber wieder auflöst und sie zeigt manchmal durch bemerkung dass sie eigentlich nicht so bissig ist ich finde es sind sehr viele leichen ja ich habe auch das gefühl bei einem thriller ist es so man muss auch gleich mit einem bestimmten negativen wow effekt anfangen es muss natürlich gleich etwas passieren also es kann nicht mit einem sonntagmorgen im bett anfangen und man frühstückt es ist eher ich finde tatsächlich bei sterbende seelen dass sie angesprochen haben kommt die erste leiche auch auf 25 wahrscheinlich bin ich da spät sogar im vergleich mit mit den kollegen ich fand trotzdem den einstieg der einstieg die ersten drei seiten nur ganz kurzer vorschub ist ist ein ritual in nigeria in einer welblich hütte oder ich finde das hat löst auch etwas thriller artiges aus ohne dass da blut fließt oder ohne dass gewalt jemandem angetan wird und das fand ich der schönste einstieg von allen mara belinsky thrillern ist tatsächlich der neueste der dann jetzt kommt im dezember und der eben nicht mit einem mord nicht mit einer gewalttat anfängt sondern nur mit einem in anführungszeichen nur mit einem ritual und das fand ich aber die beklemmendste atmosphäre eigentlich von da von diesem ritual geht es aber dann schnell wieder zurück nach frankfurt wir sitzen hier in frankfurt und frankfurt ist der schauplatz von der ganzen reihe sehr sehr gut geeignet finde ich wenn man selber frankfurt ein bisschen kennt ich kenne es nicht besonders gut aber als immer wieder messeteilnehmer warum frankfurt wie vorhin schon mal kurz erwähnt ich hatte relative freiheit als wir das abgesprochen haben und dann kam die frage wo soll dann die reihe spielen habe ich sofort sagt frankfurt weil ich schon hier 20 jahre wohnen oder noch länger glaube ich und ich habe noch nie über frankfurt geschrieben hatte und dadurch das ist einfach dass du lebst hier du kennst dich aus hier du kennst die dinge die man eben nicht nur als dann als tourist oder als besucher erlebt und ich finde tatsächlich auch frankfurt ist die krimi stadt für mich also ich finde es gibt nur zwei drei krimi städte und frankfurt gehört da unbedingt dazu ich finde es hat eine ganz eigene art das ist also über viele städte sagt man das sind die das ist eine stadt der gegensätze ich bin bei frankfurt ist trifft das wenigstens mal wirklich absolut zu ich finde man kann von der goethe straße wo die die edelboutique sind kann man zehn minuten laufen und ist in einem in einem finanzdistrikt wo die banker sind und läuft wieder zehn minuten weiter und ist mitten in einem rotlicht viertel das sehr bedrückend sein kann wenn man es nicht gewohnt ist und wenn man dann noch zwei stationen mit der u-bahn fährt ist man in einem wohnviertel mit grundschulen und spielplätzen und das ist relativ es ist ein großes einzugsgebiet aber die stadt an sich ist sehr kompakt und ich finde das gut erleben wenn man die banker können aus dem fenster gucken können praktisch ins rotlichtviertel reingucken und das finde ich sehr reizvoll und frankfurt hat mara ist eine figur der gegensätze und frankfurt hat auch dieses gegensätzliche zum beispiel darin dass es sehr dörfliche stadtteile fast gibt mit fachwerk und man kann darum spazieren und kann kaffee trinken gehen und andererseits zieht sich frankfurt ja schon irgendwie als weltmetropole durch diese durch diesen die banken szene und das ist so ein gegensatz der der sehr gut tut solchen krimis fände ich und es ist tatsächlich auch irgendwie die stadt des organisierten der organisierten kriminalität und mara ist zwar in der abteilung für gewalt für mord und gewalt und so weiter aber sie hat auch immer wieder mit der organisierten kriminalität und als ich das angefangen habe diese sachen zu schreiben war schon das ein punkt für mich in frankfurt die muss da rein preschen in diesen teil der stadt das ist das was ausmacht das war auch irgendwie was thriller mäßiges ist was auch jemand der wie ich in seinem privaten umfeld nichts damit zu tun hat das sehr reizvoll findet diese welt irgendwie zu erkunden und das ist einfach frankfurt finde ich ist ideal gewesen mir kommt es ja manchmal sogar wirklich vor als ob ihre thriller reihe so ist wie wenn man also dass sie mehr noch den hintergrund und den einblick in die unterwelt frankfurts bietet das ist so wie wenn man aus dem hauptbahnhof geht also ich bin heute auch mit dem zug gekommen und dann gleich so konfrontiert wird mit mit unglaublich vielen eindrücken und dahinter stehen dann ihre thriller oder kann man so sagen ja dass es tatsächlich so es ist wenn man da aussteigt am hauptbahnhof und geht dann die kaiserstraße rein wiegt vielleicht einmal ab dann ist man schon sehr in der welt die ich immer noch die für mich immer noch auch faszinierend ist muss ich sagen gerade weil ich aus dem dorf im schwarzwald kommen und mir mir gefällt das auch immer noch hier durchzulaufen und zu gucken und ich finde das schon immer noch faszinierend ich finde es auch schön dass die thriller in dieser welt spielen können und dass ich zumindest auf diese art da irgendwie reinkomme ohne wirklich ein teil dieser welt zu sein sie haben schon organisierte kriminalität angesprochen und ohne zu viel zu verraten sie können auch immer sofort stopp sagen nicht mehr mehr erzählen aber mara kommt wirklich in eine ja in eine verwicklung in ein netz zwangsprostitution spielt eine rolle drogenhandel spielt eine rolle das dürften ja auch so die haupteinnahmequellen oder in der unterwelt sein das ist die bereiche mit denen sie immer wieder in berührung kommt gerade in mit den in den verbrechen die hier in der kernstadt stattfinden das ist das wo sie immer wieder reinkommt auch mit bestimmten gruppen die aus anderen ländern kommen und hier ihre wir aufziehen das ist ein teil dieser serie und deshalb habe ich versucht immer noch auch so ein kontrapunkt zu setzen mit anderen dingen also im vierten teil kommt zum beispiel auch wie das stichwort recherche kommt zum beispiel lebensmittelindustrie vor also tricks in fleisch verarbeitenden betrieben ich hatte ein buch gelesen dass ein ganz schmales buch von einem journalisten das schon über zehn jahre alt war und ich dachte die dinge die er beschreibt er mich total geschockt und ich dachte es ist aber alt und irgendwie haben sie mich nicht losgelassen und ich habe dann wieder als ich an mara war habe ich mich wieder daran erinnert und habe dann diese dinge in eine nebenhandlung einfließen lassen und diese handlung ist dann auch größer geworden das heißt ganz weit weg von drogenkriminalität von menschenhandel und war aber immer in der ansicht du bist da zu spät das kennen kennen die leute alles schon und das ist alles schon bereinigt worden und verbessert worden und dann hatte ich dieses buch fertig es war der vierte teil und dann kam genau ein lebensmittelskandal zur sprache der genau die gleichen zustände angeprangert hat oder offen gelegt hat die in diesem alten buch schon beschrieben worden sind das ist auch immer so ein bisschen zufällig aber tatsächlich mara ist immer wieder in richtung bahnhofsviertel unterwegs und das ist auch von ihrer figur her sie reizt das auch sie ist kein typ der sagt ich habe keine angst sie weiß dass sie auch angst hat und ich versuche das auch immer zu zeigen aber sie hat so einen nervenkitzel impuls und sie sie drängt es im gegensatz zu ihrem partner den sie angesprochen hat der wirklich nicht gerne dort unterwegs ist drängt es sie rein und sie hat auch sonst nicht so viel im leben das heißt ihr ganzes sie hat nicht sie ist nicht in einer patchwork familie und hat kinder oder sie hat sie ist nicht in vier sportvereinen tätig sondern sie ist wirklich sehr gern polizistin und die lehre in ihrem sonstigen leben etwas kommt ihr so vor die füllt sie aus mit diesem job in den sie immer wieder mit aller kraft reingeht sie haben gerade den kollegen erwähnt das ist also auch ein ermittler jan rosen die beiden arbeiten immer zusammen der hat ja ziemlich früh schon einen fiesen spitznamen im kollegenkreis bekommen der spatz oder spätzchen und ich mag sehr wie die beiden sich so aufziehen provozieren so ein bisschen anstacheln wie ist das entstanden das ist so entstanden ich hatte diese mara figur die sehr stark war und sie hat dann probleme mit dem chef der auch dominierender typ ist auch kein leichter typ ist und jetzt noch eine dritte oder vierte figur die auch sehr versucht dominant zu sein das heißt es war eigentlich zwangsläufig dass da noch jemand auftauchen muss der ein bisschen zurückgenommen ist oder viel zurückgenommen und das ist dann tatsächlich jan rosen geworden jan rosen ist ein bisschen aus dem gedanken entstanden wir gucken so viele krimis und lesen nur viele krimis und das ist einfach gewohnt dass polizisten ihre waffen nehmen ihre ausrüstung haben und einen einsatz vorbereiten diesen einsatz machen und man vergisst dabei dass das wirklich gefährliche situation sind und dass sie angst haben und so ist dieser jan rosen hat wirklich angst und er ringt eigentlich immer mit sich er hat so einen typischen weg hinter sich den viele polizisten genommen haben das heißt er hat schon eine familiäre vorbelastung sein onkel sein vater und irgendwie erst jetzt auch nicht der auflehnende typ im gegenteil er ist eigentlich der der sich fügt und erst dann hat dann auch diesen weg beschritten und er ringt aber immer sich weil er weiß eigentlich das ist vielleicht nicht der richtige weg für ihn und je weiter die reihe fortschreitet kam das eben so dass das er immer dass es ihn immer mehr weg zieht von der polizei eigentlich und er war so mara belinski war ein außenseiter er war auch ein außenseiter ist ein typ der eher am schreibtisch gerne sitzt und recherchiert und als man sie die krähe genannt hat hat man um das um dem ganzen noch einen drauf zu setzen ist er dann der spatz geworden und die beiden wie das oft so ist zwei außenseiter kommen sich näher weil sie ja sonst auch niemanden haben und irgendwie haben sie jan rosen profitiert von belinski sie schreckt ihnen eigentlich so ein bisschen aus aus seinem einerlei aus seiner langeweile aus seiner ich bin ganz froh dass ich hier hinten bin in der zweiten reihe und andererseits sieht sie auch hier länger die reihe geht wie hilfreich er ist dass er zum beispiel bei verhören oder befragungen einfach nicht so mit der tür ins haus fällt wie sie oder mit dem kopf durch die wand will sondern dass er sehr behutsam ist so wie er auch gerne hätte dass man mit ihm umgeht geht er mit anderen um nämlich eher verständnisvoll und behutsam als sie und sie merkt das wie gut er ist und wie dass er dann auf diese art eben auch manchmal mehr informationen erhält als sie und ich habe den eindruck sie inspiriert ihn ja auch im neuesten band in band 6 will er auch so ein bisschen cooler wirken oder passt sich kleidungsmäßig an verzichtet auf diese farbigen sachen und er will auch er denkt ist da ich noch den absprung nicht geschafft habe und der vielleicht auch nie kommt muss sich das mehr annehmen diese rolle die ich mir jetzt da auch selbst ausgewählt hat hat mich auch niemand gezwungen polizist zu sein und er versucht das auch äußerlich ein bisschen zu schaffen ob er es dann wirklich schafft weiß ich noch nicht so in weiteren gedankenspielen findet er es schon auch immer wieder attraktiv vielleicht kein polizist mehr zu sein oder was anderes zu machen oder polizist in einer anderen form und nicht auch in so einer offensiven abteilung können sie noch ein bisschen mehr verraten zu dem aktuellen fall und wie wir vorhin schon ein bisschen angedeutet haben geht es eben um organisierte kriminalität rumänien kann ich glaube ich nennen das stichwort dass das auch da diverse linien hin führen was passiert da was entwickelt bei dem bei dem aktuellen buch das vorhin vorgestellt wurde also vergessene gräber ist es so dass tatsächlich etwas ist ich versuche immer zumindest einen aspekt neu rein zu bringen und hier ist es der aspekt das so ein bisschen politisch und politische geschichte im hintergrund das geht um die zeit um die wendezeit um den fall der mauer und es geht darum eine bestimmte gruppierung von würde sagen agenten oder spionen würden wir wahrscheinlich einfach sagen die auf russischer seite gearbeitet haben und die dann nach dem fall der mauer auf gewisse weise arbeitslos geworden sind und sich eine neue rolle suchen müssten und die sind heute alle sehr naja die sind natürlich alt und die haben alle aber irgendwie sich eine neue existenz aufgebaut und haben familien haben kinder und mit diesen kindern passiert nun irgendetwas auf die wird quasi jagd gemacht und niemand weiß diese diese menschen haben einerseits angst um sich können aber auch nicht ihre existenz offenbaren und sie zur polizei gehen und sagen irgendwas läuft hier gegen uns und das gibt so eine bestimmte neue neue reizpunkte in dieser mara welt und zum ersten mal wird auch konkret auf ein ereignis aus der geschichte bezug genommen und das geht um tatsächlich ereignisse die um 1990 stattgefunden haben und die sind eigentlich der auslöser der verspätete auslöser für eine mordserie die eben jetzt in frankfurt und umgebung passiert sehr schön umschrieben ohne zu viel zu verraten und dann gab es ja noch das ritual am anfang dieses afrikanische ritual inwieweit kommt das wieder dann zurück ich muss das mal kurz richtig stellen das aktuelle buch das es schon gibt ist das mit dem russischen bezug und dieser vergangenheit ja was ich vorhin angesprochen habe dass es wegen vielleicht verwirrend dieses afrikanische ritual ist dann das nächste buch das ja auch hier geht es um organisierte kriminalität zu einem großen teil aber ich habe etwas gefunden das relativ wenig bisher thematisiert wurde es geht um organisierte kriminalität die ihren ursprung in afrika hat und tatsächlich vor allem in nigeria und es geht um menschenhandel es geht um frauenhandel der auf eine sehr perfide art und weise nämlich mit einem religiösen hintergrund durchgeführt wird und eine wichtige figur ist eine junge nigerianerin die diesen weg die diese erfahrungen gesammelt hat nämlich dass sie abhängig gemacht wird aus dem religiösen hintergrund und die heute in frankfurt lebt leben muss und in rückblicken wird ihr weg ihr leidensweg gezeigt von nigeria bis nach italien und dann nach frankfurt und ich hatte auch das war wieder ein zufall ich hatte ein buch bin auf ein buch gestoßen von einer amerikanischen journaliste die in rom lebt und die hat menschenhandel beschrieben sie hat ganz durchaus glaubt durch bei ihr war es auch ein zufall sie hat fünf ganz schlimmen schicksalen erfahren und hat dann diesen weg beschrieben den tatsächlich afrikanische junge frauen gehen müssen unter falschen versprechungen und und zwar werden sie am anfang noch den flieger nutzen durften um in die hölle zu kommen hat man das nun spitzkrieg die kontrollen wurden stärker und dann mussten sie praktisch den landweg nehmen von afrika bis nach mitten in europa und dieser weg wird beschrieben und das ist unglaublich auch da ist wieder die realität viel schlimmer und erschreckender und unglaublicher als das was man sich jemals ausdenken könnte als einzelner autor an einem schreibtisch daran merkt man jetzt auch wieder ganz gut was hier von anfang an in unserem talk gesagt haben es gibt irgendeinen anlass also sie lesen irgendwas bekommen was mit und dann liegt das vielleicht mal länger oder bleibt in ihrem kopf und irgendwann entsteht dann die idee greife ich auf im nächsten so ist es tatsächlich sehr oft es ist so ich finde die die figuren also ich mag die figuren entwicklung auch also ich sie haben irgendwie alle was zu tun und sie bringen auch leben in diesen roman und sie treiben die handlung voran aber ich glaube die substanz kommt tatsächlich auch durch die recherche von dingen die die stattfinden draußen ob das illegaler organhandel ist und oder ob das zustände in gefängnissen sind ob das flüchtlingsrouten sind all dinge all die dinge mit denen wir uns beschäftigen die ich eben auch lese als einfach ganz normaler leser die ich in zeitschriften lese oder im netz oder wie diese fleischgeschichte mit diesem fleisch verarbeiten betrieben das war eigentlich auch nur ein zufall und ich habe das auch gar kein interesse aber es ist mir tatsächlich im gedächtnis und so war das auch mit nigeria ich habe nur dieses eine buch gelesen und war dann total geschockt und dann lag das und dann habe ich wieder an mara weitergearbeitet und ich habe immer diese frauen gedacht die das und habe dann erst noch mal weiter recherchiert und habe in den ganz normalen medien also auch wie spiegel und stern ist das tatsächlich thematisiert worden habe danach gelesen habe noch mal ein buch gefunden das auch sehr gut war von zwei deutschen journalistinnen und da hat sich dann die sache dazu kommt dann substanz rein während das jetzt nichts mit denen mit unseren figuren wie mara und jan rosen zu tun hat die durch ihren alltag da jagen ich habe noch mal alle sechs titel der reihe rausgeschrieben und es ist schon interessant wenn man die so hintereinander liest also blinde rache lautlose schreie brennende narben blutige gnade vergessene gräber haben wir schon darüber gesprochen und sterbende seelen erscheint dann im dezember eigentlich ja so alles was furchtbar sein kann sind sie selbst ein ängstlicher mensch einer der sich gruselt auch weiß ich gar nicht habe ich noch gar nicht so ich glaube nicht ich glaube ich bin sogar entspannt und ich würde mich jetzt nicht gruseln wenn das irgendwie so eine komische ich glaube ich habe auch ich würde auch durch das bahnhofsviertel laufen ohne mit zu denken oh was könnte mir hier alles passieren ich glaube nicht die titel muss ich sagen das hat einfach eine geschichte ist es im grunde habe ich das cover und den titel um zu sagen zu welchem genre das gehört und deswegen ich hatte vor kurzem interview im radio und dann die radiomoderatorin gesagt aber die titel findet man ja schnell und die wahrheit ist genau umgekehrt ist es ganz mühsam diese titel weil es gibt eine unheimlich große menge an kriminal literatur und man muss aber gleich klar machen dass es ein krimi oder ein thriller ist und da ist tatsächlich das terrain ist gar nicht so groß das heißt es gibt immer blutig es gibt mörderisch und tödlich das ließ man ganz oft und man muss irgendwie es ist tatsächlich schwer diese titel zu finden und deswegen versuche zum beispiel lautlose schrei finde ich ein schöner titel weil er einen gegensatz hat ist und so versuche ich da ich finde auch vergessene gräber hat keinen gegensatz es kann in jedem friedhof gräber geben die nicht mehr gepflegt und vergessen und trotzdem schwingt sowas mit es ist dieses vergessen kommt aus der vergangenheit dass da eben diese gräber eine geschichte haben die jetzt wieder aufgerollt wird aber tatsächlich sind die schon sehr martialisch blutige gnade ist ja blicken wird zum schluss noch mal ein bisschen in die zukunft wir haben vorhin ja auch schon bei dem kollegen von mara dem ermittler jan rosen mitbekommen der hat sich verändert wird das irgendwann passieren in band sieben oder acht dass mara auch mal plötzlich in blümchen kleidern daherkommt nicht oder ich glaube ich lieber sterben ist unvorstellbar ich habe es mir auch gedacht was machen wir jetzt mit dieser figur ist sie immer sie immer mit dieser schwarzen lederjacke ja ich glaube sie wird immer diese lederjacke tragen aber sie wird sich in ihrem berufsfeld einfach verändern das heißt sie wird immer eine frankfurterin sein sie ist auch nach frankfurt zurückgekehrt sie hat gemerkt ich gehöre irgendwie zu dieser stadt und sie gehört zu mir aber die fälle werden trotzdem international als in den ersten zwei bänden sagen wir mal sie wird auch mit internationalen kollegen zusammenarbeiten das heißt sie wird sich beruflich weiterentwickeln menschlich wird sie vielleicht manchmal denke ich müsste von jan rosen ab und zu was abschauen aber im grunde wird sie immer die grähe bleiben die da über frankfurt kreist und manchmal auch so ein bisschen woanders hin fliegt jetzt im sechsten ist sie tatsächlich mal in sizilien das wird auch spannend auf jeden fall ja und sizilien thema organisierte kriminalität passt natürlich auch leider ganz hervorragend leider vielen dank an leo born und an oliver becker fürs hier sein auf der frankfurter messe und mich durch die daumen für den neuen fall von mara ich bedanke mich dankeschön auch an sie fürs zugucken bleiben sie auf jeden fall hier bei uns dabei weitere spannende gesprächspartner jetzt im weiteren verlauf tschüss schönen nachmittag